Bei mir lädt die Lobby gar nicht. Ja, das war ich eindeutig noch in der Wetter. In der Wetter? Ah wei. So, jetzt. Ah, ich kann sogar auf die Klicke. Boah. Juli, drehe mal einen Zeitpunkt. Ah. Lol, ich hab schlank gemacht. Jetzt mag keiner. Ich mag jetzt mal keinen, bis du wieder weg bist. Ja. Beschwinde. Ich muss noch überlegen kurz, Moment. Wie man aufnimmt. Oh, shit, tu mich rein, tu mich rein. So, wir spielen diesmal Grassland Medium. Irgendwie so hieß die, glaub ich. Ja, genau so, ja. Wohin? Lol, was das sitzt. Was das denn? Lol. Ah, ich weiß wohin. Ja. Nicht ins Wasser. So. Fast. So. So. Nee. Fabi hat's. Es. Hm. Nein. Haha. Pff. Fabi, so viel Vorsprung geb ich dir nicht. Nur zwei. Ey. Nee, nur ein. Nee, zwei. Oh. Ich hab's auch geschafft, auf Grazo. Was machst du? Ich will mal wieder letzter sein. Da schau zu. Oh fuck, ich hab die falsche Position gewählt. Jodi. Ich nehm's hintere Loch, Nico. Es kommt exakt aufs gleiche raus, egal welches ihr nehmt. Okay. Komm Juli, jetzt in eins. Oh nein! Da kommt so ein milder Nico angesprungen. Ich war im Loch. Ja, würde ich jetzt auch sagen. Du warst an der Kante. Also bei mir hat's ausgesehen, als wär's im Loch. Wohin? Ja, ich glaub ich lieg richtig. Vollgas. Okay. Oh. Nico, Vollgas. Oh, da ist ein Huppel. Schade. Ich hab den Huppel nicht gesehen. Ich hab den Huppel nicht gesehen. Nee. What the f... Ähm. Okay. Ey geil. Durch die Kollision bin ich hier oben gelandet. Oh. Fabi, warum machst du mir nach? Werde ich euch irgendwann mal zurückgeportet? Danke. Danke. So, kommt ihr. Ich warte. Alter. Du hast auch nur Glück, dass du da oben bist. Ja, dank euch. Willst du mich? Hä? Hä? Weil ich hab geschossen. Ich bin dann oben mit irgendwas kollidiert und dann bin ich runtergefallen. Auf die Pizze. Hallo, werd ich irgendwann mal bitte stehen bleiben? Oh, Juri. Okay. Das war aber auf dem Pixel, genau. Das ist ein Witz. Schon wieder auf dem Pixel, genau. Ach ja. Oh, damn. Ja komm, halt an, halt an, halt an. Ja. 18 zu 19 zu 21. Ich hab 21. Ja. Moment, was ist das jetzt? LOL. Oh. Scheiße. Die Dinger haben ja richtig gute Kollisionen, muss ich sagen. Jaja. Auf jeden Fall. What the f... Weißt du Pizze? Nein. Fuck. GG, Juri. Du hast eindeutig kurz mal... 2 Punkte. Ich wollt lieber schneller machen, bevor Niko mich abschießt. 23, 24, 24. LOL. What? Okay. So nicht. Niko. Nein. Fabi. Ja. Nein. What the fuck ist das? Ich hatte mal weggesprungen, das gibt's doch nicht. Oh. Gekonnt. Dann vorbei. Scheiße. Ey. Easy. Fünf. Juri. What the fuck, alter. Fabi hat zwei? Ja. Ja. Ich bin einmal in das Ding reingekommen durchs Messer wieder. Sonst wäre fast in einem durch. Und dann habe ich gewartet, bis ich komplett stillstehe. Und bin dann durch. Alter. Ja. 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 Und das Messer vorbei. Das ist ja ein Huppel. Ja. Oh. Oh. Ich habe 31. Das war ein Move. Keine Ahnung. Vollgas. What the fuck. Ach, ich weiß wohin. Was? Hä? Okay Fabi, wo? Hä? Oh. Gott. Oh Gott. Ah. Wieso? Müsst er. Müsst er gar nicht hoch. Ne, ich dachte schon. Ich auch. Fabi. Und da drauf. Willst du mich verarschen? Nein. Und ich bin wieder vorne, scheiße. Seid ihr schon bei dem? Ja. Na jetzt. Coole Position. Da triffst du es nicht. 1, 2, 3, da, 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 da. 3. Was? Hm? Was? Wir können nur grad, äh, Gigi D'Angustino. Hehehehehehe. Das ist die Eure, ja. Loll. 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 Wo bin ich? Loll das. Pfff. Hole in one. Was? Juni geht ja so irgendwo drüber. Scheiße. Ich, ich steh hier. Ich steh hier. Ich kann weiterspielen, Loll. Ja. Schau mal wo der Nick. Treppe runter. Tuck, 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 tuck. Nein. Hahaha. Als ob ihr das jetzt nicht mit einem Schlag geschafft habt. 31, 39, 40. Oder besser, 31, 40, 40. Jetzt muss ich mit Nico hier kämpfen. Warte. Ah, okay, ich weiß wann. Als ob. Juli. Ab. Hehehe. So. Loll. Ja. Brody. Haben wir jetzt alle mit zwei Schlägen geschafft. Ja. Ähm. Darunter sicher? Ja. Gut. Ich wünsche eins tiefer Juli. Bleib liegen. Alter. Ja, perfekt. Oh fuck. Ja. Ja. verkack ja was gesagt fabi gut gekollt jetzt bin ich wieder ein punkt hinter ist besser gewesen ich weiß nicht ja definitiv aber nicht am fosten vorbei deswegen macht das ja ich wollte euch nicht vormachen lassen sondern ich wollte eigentlich gucken ich habe ganz raus gesund aber ich habe nichts gesehen ja 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 das ist nicht so überzeugt What the f... lol Ich sie! Nein! Nein! Bleib schlecht! Nein! Ach Scheiße, das ist... What the f... What the f... Okay, das wird... Das ist... Scheiße! Nein, oder? Zwei... So, drei Schläge, easy! Ja, Juli, wo bleibst du? Mit drei da oben! So... Ja... Texturen sind da irgendwie scheiße Was hast du? Eine 3? Ich auch! Texturen, die bleiben halt gerade, auch wenn das Ding sich dreht 50... 55... 55... Ah, wo müssen wir hin? Okay... Oh! Da... Da ist ein Lube! Alter Fabi, da will ich nicht hin! Willst du wieder abkürzen? Ich, ne? Ich doch nicht! Alter! Was ist das denn, wenn ein Teil hier? Was ist das denn, wenn ein Teil hier? You spinn my head right round... Nein! Oh! Ey, was? Das ist jetzt ein schlechter Witz! Auf jeden Fall, ja! Ist ein schlechter Witz! Ey! Nein! Niko, Niko, ich schwör's dir, wenn ich jetzt rund... Oh Gott! Oh Gott, bei der Map hab ich richtig verkackt! Ja, was denn? Aber wir haben einen schönen Abstand, zwei! Das machen wir ja schon fast alle! What? Oh Gott! Oh Gott! Warte mal, ich versuch was! Okay! Hole in one! Nein! Am Stein vorbei! Ich bin übern Stein geflogen! Am Loch vorbei! Gut, dann mach... dann halt! Okay, Fabi braucht zumindest schon mal vier! Vier brauchen mindestens! Oh, vier! Zwei! Ja, Fabi! Das ist jetzt ein schlechter Witz! Das ist jetzt ein schlechter Witz! Guck, geh hinten raus! Ja, Niko, mach dir nach! Ey! Juli ist vor mir! Nein! Jawoll! Lol! Ich seh nix! Du musst ranzoomen! Das ist... Das ist ein... Ich bin noch nicht... Juli! Ich hab den noch nicht gestanden! Nein! Bin ich gestanden? Du, Rubensohn! Juli, warte, warte, warte! Wir spielen jetzt! Oh! Oh! Wollte mich auch schon neckern! Aha! Interessant! Drei! Alter, ich bin... ich bin so blöd! So inkompetent! Ich bin so blöd! Ja! Halt an! Halt an! Halt an! Groll! Ey! Da ist nicht schräg! Nein! Niko, was... Da unten ist auch eins! Ja! Hier sind drei Ziele! Deswegen bitte ich hier unten! Ach, Mann! Ach, Loll! Ach, Loll! So viele... Scheiß Punkte! Ich hab halt das obere gesehen und... Was ist das? Okay, das wird ekelhaft! LOL! LOL! Ja! Hat geklappt! Wollte mich verarschen! LOL! Guck mal, das ist ein Stück Holz! Wo ist ein Stück Holz? Das da oben, das schaut richtig queer aus! Ach so, das ist ein bisschen komisch gezoomt! Ja! Das ist ein schlechter Witz! LOL! Fabi! Ich hab immer so scheiß Position! Ich hab eigentlich ne gute Position! Muss nur... Vorsichtig! Ja! Alter, Niko! Du hättest mich auch noch reinschucken... Du hättest mich auch noch reinschucken können! Fabi! Fabi von hinten verkackt komplett, ey! Ja! Fabi, viel zu stark! Ja, ich merk's! Du verkackst wieder am vorletzten Loch! Warum hab ich denn jetzt schon wieder 80? Hä? Das war... Das war... Das war... Keiner ist ja schwach! Vorhin hab ich schon einen viel längeren Schlag... Aber warum hab ich denn auch noch? Ich geh mir auch auf die Nerven! So! Das bleibt jetzt direkt vorm Loch liegen! Ja! Fabi, du musst jetzt 6... Du musst jetzt 6 Schläge aufholen! Ne, 4! 4! Mach ich kein Niko! Hoff ich zumindest! Was? Noch nicht! Was? Oh Gott! Ach, es geht auch anders! Äh, scheiße! Oh! Wie anders! Sees! Ach! Da ist ein Loch unten! Gut! Wenn mich jetzt einer von euch wegschlagt... Nein! Ich bring euch um! Doch! Ich bring den Niko um! Niko! Ja? Niko! 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 Ja! Ja! Ja!